Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die neuen Fälle in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg sind dafür ein weiteres Zeichen. Die Infektionsketten sind teilweise, und das ist die neue Qualität, nicht nachzuvollziehen. Vor diesem Hintergrund ist es fraglich, ob unsere bisherige Strategie, das Virus einzugrenzen und Infektionsketten zu beenden, auch weiterhin aufgeht. Deswegen komme ich immer mehr zu der Überzeugung, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Epidemie an Deutschland vorbeigeht, wird sich nicht erfüllen und nicht ergeben. Aus diesem Grund habe ich heute in einer Telefonkonferenz mit den Gesundheitsministern der Länder diese gebeten, ihre vorhandenen Landespandemiepläne, soweit noch nicht geschehen, zu aktualisieren und ein mögliches Inkraftsetzen vorzubereiten. Und wie der Gesetzgeber die Sterne letztendlich begonnen wird.